Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video geht es mal etwas genauer um das bald erscheinende iPhone 6. Viel Spaß! Ich habe hier natürlich nicht das richtige offizielle iPhone 6 von Apple, sondern zwei Dummies, einmal in Space Gray und einmal in Gold Champagner. Das heißt, das Ganze ist kein funktionierendes Gerät, sondern eher zum Beispiel für Höhen- oder Zubehörhersteller gedacht, um halt nach dem Verkauf statt direkt Zubehör anbieten zu können. Das iPhone 6 ist ja wie jedes iPhone immer ein heiß diskutiertes Gerät mit sehr vielen Gerüchten und in den letzten Wochen und Monaten gab es immer ein bestimmtes Design, das immer mehr aufgetaucht ist. Die Seiten und Kanten sind im Vergleich zum aktuellen iPhone 5s nicht mehr so kantig, sondern etwas runder gehalten und erinnern sehr stark an das Design des iPad Touch der fünften Generation und oder an die neuen iPads. Nach dem ersten Eindruck bin ich von diesem neuen Design wirklich sehr angetan, denn es liegt durch diese runderen Seiten wirklich sehr gut in der Hand. Was auch sehr oft in den Gerüchten zu hören ist, ist, dass Apple einen größeren Display beim neuen iPhone verwendet und zwar einen mit 4,7 Zoll. Beim aktuellen iPhone haben wir ja ein 4 Zoll Display und im Direktvergleich sieht man schon deutlich den Größenunterschied. Ich finde eine Displaygröße von 4,7 Zoll wirklich sehr angenehm und man kann weiterhin eigentlich noch alles relativ gut bedienen und erreichen. Da das iPhone 6 wie gesagt größer ist, hat sich auch etwas an den Buttons verändert. Und zwar ist der Powerbutton jetzt nicht mehr an der Oberseite, sondern an der rechten Seite, da er so wesentlich einfacher zu erreichen ist. Die lauter und leiser Buttons bringen auch kleinere Designveränderungen mit sich und zwar haben wir jetzt hier nicht mehr die runden Buttons wie bei den vorherigen iPhone-Modellen, sondern das Ganze ist auch angelegt an den iPod Touch der fünften Generation. An diesem Dummy lassen sich alle Bedienelemente ohne Probleme wirklich sehr gut erreichen. An der Unterseite befinden sich natürlich weiterhin der Lautsprecher, Mikrofon, Dock-Connector und der Kopfhörerausgang. Wenn man die Rückseite betrachtet, fällt einem sofort das Antennen-Design auf. Ich denke aber, dass Apple das Ganze beim finalen iPhone wesentlich geschickter lösen wird, denn es handelt sich hierbei wie gesagt nur um einen Dummy. Beim goldenen Modell hingegen finde ich das weiße Antennen-Design passt wirklich sehr gut zur goldenen Rückseite. Alles in allem finde ich das Design des kommenden iPhones wirklich sehr gut, lässt sich sehr gut in der Hand halten und von der Größe finde ich das auch perfekt. Es gab ja auch immer noch Gerüchte um ein 5,5 Zoll iPhone. Ich denke aber, ich werde erstmal zum 4,7 Zoll Modell greifen, da das eigentlich für eine Größe für mich perfekt ist, aber mal gucken, wie das 5,5 Zoll Modell, wenn es überhaupt rauskommt, dann im Endeffekt aussieht. Das Ganze sind wie immer nur Gerüchte und es ist nicht offiziell, dass das hier wirklich das iPhone 6 Design ist. Wenn dann die Keynote wahrscheinlich im Herbst stattfindet, dann weiß man wieder mehr, dann werden dazu auch noch weitere Videos folgen. Wenn ihr sie nicht verpassen möchtet, einfach unten abonnieren und wie immer schreibt doch mal eure Meinung zu dem iPhone 6 unten in die Kommentare, wird mich interessieren. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben oder abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschau.